so leute und herzlich willkommen zu einem neuen video auf meinem kanal warum bin ich noch am zoom ich war ein bisschen raus gesund ja heute gibt es für euch den doppelknall von explode hier ein paar daten dazu 7 wow 47,5 gramm auf nur fünf stück alter ist ganz schön viel ja so sieht ein knall aus der doppelt knallt von explode wie gesagt umgelabelt als lukas von depifuck gibt es ja auch knallt einmal am boden und einmal in der luft richtig geile teile habe ich schon richtig gut erlebt und ja weiter gibt es da eigentlich gar nichts zu sagen ich habe die wie gesagt bei purestation bestellt link ist in der beschreibung und da sehen wir uns gleich bei der zündung bis gleich jetzt der doppelknall von explode explode doppelknall jetzt machst du das aufstehen ja süß jetzt ein doppelknall von explode auch wie die depifuck lukas ja gott ja los geil und gleich noch ein geil und gleich noch ein bis zum nächsten Mal bis zum nächsten mal bis zum nächsten mal Bis zum nächsten Mal.